Das könnte die Entscheidung sein. Nein, verspielt. Drankel, ja, die Entscheidung. Alles auf eine Karte gesetzt und alles verloren. Völlig freistehend, Drankel kann sich die Ecke aussuchen. Und das 4 zu 2 für Barcelona, das ist die Entscheidung. Hier der Gegenzug der Spanier. Hier schien die Gefahr schon vorbei. Da geht Drankel rechts hinüber. Und er schießt das 4 zu 2. gold mit dem